Mit der Vorstellung, dass wir 80 Millionen Menschen in Deutschland sind oder vielleicht 100 Millionen auf der Welt, die überhaupt Deutsch verstehen und jeder Zehnte, das sind dann auch Babys und so drin, jeder Zehnte hat das gesehen und geht mit einem anderen Mindset bezüglich Magersucht jetzt durchs Leben. Ich glaube, die Frau verdient so viele Orden, das kann man gar nicht in Worte fassen, aber sie wird so viel gesellschaftlich mit diesem einen Auftritt verändert haben, dass ich bin unfassbar stolz auf sie.